Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Loopywo. Ich kann auch gleichzeitig nicht mehr so richtig sprechen. Vielleicht bessert sich das im laufe der Aufnahme. Querstrich für euch Folge. Was ich auch bessern könnte, wären vielleicht Sachen, die ich hier drum setzen kann. Also wäre eine Überlegung wert, das zu blockieren halt. Also kein Wald und weil sonst hat sich das erledigt. Also ich bin hier um jeden Fluss froh, aber es muss doch nicht nur Fluss sein. Also okay, ich darf jetzt hier nicht mehr so viel setzen, weil ich habe die Ahnung, dass ich sonst ein Problem haben werde. Sumpf, das ist schon mal gut. In der Richtung. Das ist gut. Das ist eigentlich ganz gut. Den bei sparen wir uns mal auf und das ist natürlich besser. Also ich setze jetzt hier nur ein Hintermitte hier ein bisschen so ein Sumpf geht in diese Richtung weg. So, auf jeden Fall. Gleiches Amulett. Eine Hexenhüte. Und da lasse ich... Oh, das hätte ich... Nein, die hätte ich noch kleiner setzen sollen. Äh... Also ich wäre schon um ein Dorf auch ganz froh. Also... Wir müssen uns hier nicht Toppets sparen. Danke für das Dorf. So, jetzt habe ich aber das Problem, dass ich hier nicht Zeug... Genügend Zeug drum herum habe. Ein weiteres Dorf. Ich glaube, das ist aber jetzt erstmal safe. Äh... Jetzt muss ich aber setzen. Sonst schaffe ich das nicht mehr. Neue Sachen runter zu kriegen. Oh, noch besser. Noch besser. Noch besser. Nicht besser. Okay. Ne, bleiben wir bei. Wenn ich jetzt mal... Das schaffe ich mal. Ähm... Maximalanzahl an Skilette. Auf jeden Fall. Ein Hain... Äh, ein Vampir-Schloss noch? Was war das? Das Geräusch... ...irgendwas gesagt. Klecklich Überreste waren das vielleicht? Äh, auf jeden Fall das neue Amulett. Das ist keine Frage, der Rest kann hier zuerst mal bleiben. Oh, 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 jetzt wird's knapp. Okay, wir müssen hier leider ein Dorf hin machen. Okay. Okay, das ist überschaubar. Das ist in Ordnung. Äh, das muss weg. Das muss weg. Und jetzt kann ich durchziehen. Jetzt kann ich durchziehen, endlich. Jetzt muss ich aber aufpassen. Äh, 9,3. Nochmal mehr. Besser. Okay, sie kommt nur und gibt mir... Oder es gibt sie mir auch einen Trank, wenn da nichts ist. Okay. Das ist doch on point. Neues Amulett. Neuer Ring. So. Du wirst komplett runtergezogen. Ne, du wirst... Nicht komplett runtergezogen. Nur da, wo es nötig ist. Äh. Ja. 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 Just. Ja. Achso, der Fluss. So, dann geht er jetzt hier wieder hoch. Dann geht er hier lang. Das ist besser. Dann macht er hier noch eine Biegung. Hier noch eine Biegung, weil dann kann ich noch was mitnehmen. Das heißt, er geht jetzt hier hoch. So ein bisschen mal den Weg vorbasteln. Okay, jetzt kommt gleich der erste Kampf. Jetzt muss ich kurz mal konzentrieren. Das kommt weg. Das kommt weg. Und 4,69 ist auf jeden Fall das, was ich brauche. So, dann habe ich das jetzt gegrenzt. 8,81. Aber 3 Verteidigung ist natürlich hier rein. 104. Ne, das maximale Skelett brauche ich schon. Wieso? Wieso? Ich. Achso, ich denke erst mal das hier zu machen. Und dann gedenke ich hier noch einen wegzumachen. Ja, ab geht's. Gucken wir mal, ob wir das überleben. So, das war ja noch einigermaßen. So, das war ja noch einigermaßen. Okay. Äh, hier hin. So. Ein bisschen, ein bisschen gut vorausgeplant, aber lieber das. Das könnte man sich überlegen, aber muss ich mal gucken, wo ich das Skelett ersetzt kriege. Durch. Weil, ich brauche schon zwei Skelette. Das ist zum Beispiel ganz nett. Äh, was auch nett ist, dass ich nicht mehr da rankomme. Äh, das sollte ich aber auf jeden Fall tun, auch wenn es mich einen Platz kostet. So, dann werden wir jetzt aber mal auch wieder aktiv. Ja, das wird da unten aber wirklich hart. Gucken wir mal, wie gut wir da durchkommen. Äh. Ja, das müssen wir mal verbinden. Oh, bei uns. Eine Runde durch. Wir machen das. Wir machen das. Das ist so auf jeden Fall, ja, besser. Okay, das passt. Halte, der macht vielleicht ein Damage. Äh, nein. Nein, nein, nein. Das ist leider schlecht. Äh, der Hain geht natürlich hier weiter. 1,8. Ist besser. Und wie geht's hier wirklich als erstes eher um die Qualität der Skelette. So, Sumpf kommt hier oben weiter. Das kommt hier. Das wird hier. Äh, warum mach ich das nicht schon vorher? Das müssen wir jetzt kurz angucken. Warum mach ich das noch nicht vorher? Da ist der Wald, den ich baue um das gar anzugucken. Oh, ich bin gestorben. Ah, egal. Ähm, ich kann jetzt hier ran und entlang gehen. Das heißt, dann machen wir das doch so. So, irgendwie. Ist Sumpf vielleicht extrem beschissen für mich. Das kann natürlich sehr, sehr gut sein, dass Sumpf extrem schlecht für mich ist. Weil die, äh, ich muss mir das gleich nochmal angucken. Vielleicht darf ich mir keinen Sumpf mehr erlauben. Obwohl die, natürlich, äh, obwohl die, äh, die nächsten sitzen. Egal, machen wir hier hin. Ähm. Kassa. Level 7, wesentlich besser. Das ist schlechter. Das ist schlechter. Das ist schlechter. So. Ah, ich weiß noch nicht, ob ich mich so bereit dafür fühle. Das wäre auf jeden Fall raus für mich. Das wäre auf jeden Fall raus für mich. Schlechter. Ja. Auch schlechter. Ja. Auch schlechter. Ja. Was hab ich da gesetzt? Kann mir das jemand mal sagen? Alter, muss doch nicht sein. Lebendig, klicke Haut. Sumpf. Neues Schild. So, Wald wird hier weiter fortgesetzt. Naja, das machen wir nicht. Ich hätte ja hier gerne was gesetzt, aber ich komme da nur so dran. Das ist das Einzige, was ich jetzt machen kann. So, das war einer der unnötigsten Moves, die ich seit langem gemacht habe, aber sonst ist das auf jeden Fall besser gelaufen als das letzte Mal dran. So, eine Hexenmütte kann ich hier setzen. Ja, gucken wir mal, wie gut wir hier durchkommen. Das liegt ganz gut. Äh, wir nehmen mal dieses Buch, einfach weil es besser ist. Äh, den Rest lassen wir mal. Oh, oh, oh. So, wir machen, wir müssen ablösen. Wir brauchen mehr. So, dann kann ich hier erst wieder anfangen. Äh, oh, das war nicht so gut doch. So, und dann geht's hier weiter. Okay. Ich muss voll kurz die Moskitos angucken. Explodiert nach sieben erfolgreichen Angriffen. Äh, vorhersehbar 20 Stunden unabhängig Ausweichwert des Ziels zu verfehlen. Alle anderen Ketten holen die Fähigkeit erhalten. Die Schwächungen klingen in der Ohren. Ich weiß nicht warum, aber die machen wir durch gegen die Schaden. Ach, das ist der Sumpf. Ach, das ist der Sumpf. Einfach. Ich glaube, so eine Hexenhülle bringt mir auch Vorteile. Vielleicht sollte ich ihn doch wieder zum Boss setzen. Ich weiß hier halt auch den Boss, aber... Der Sumpf ist echt nicht der coolste Move. Nee, das bleibt so. Ja, gut. Das können wir ersetzen. Der Hain ist schon cooler. Aber egal. Was juckt es uns? Ich müsste hier noch einen hinsetzen können. Das wäre jetzt natürlich übeldreist gewesen. Das war nicht das, was ich setzen wollte, aber wo ist denn mein Lagerpfeil? Da oben? Wir machen das mal hier hin. So, wir können jetzt... Das geht jetzt hier lang, da weiter, da durch. Das heißt, wir machen jetzt hier nochmal hin. Das. Das war's. 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 Das war's.